Übelste Vieh. Reinblutfeuerfalke, what an den her? Crazy Daisy. So, was machen wir jetzt? Wollen wir noch ein bisschen questen oder wollen wir noch so eine so eine Inni? Ähm, nein. Ich habe gerade mein Bankfach etwas gefüllt. Ja. Uh, 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 uh. Ich springe schon vor Freude. Uh. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh. Danke. J, Daisy, ist schön. Nein. Ich muss irgendwo mal hin, wo es, ähm, Magiestoff gibt. Ich brauche dringend Magiestoff. Ich kann ja mal gucken, was der M.A.H. kostet. Aber wahrscheinlich ein Vermögen. Ja, kannst du hier hinten, guck mal, da ist irgendwo, ich glaube, ach nee, konnte ich jetzt nicht reinklicken. Nicht weit weg, da ist ein Waffenschmied hier. Und da kannst du dich, äh, reparieren lassen. Was brauchen wir? Wollstoff. Nee, Quatsch, Magiestoff. Ja, da vorne am Marktplatz, da irgendwie. Hm. Hm. Mein Herz. Mein armes Herz. Mein armes Herz. 28 Gold für Magiestoffballen. Die haben nur ein Ei am Kragen. Könnt ihr mal behalten. Geh ich lieber farmen. Hast du gefunden, wo du dich reparieren lassen kannst? Dann komm mal her. Ah. Typisch Frau, ob es da die Frise sitzt. Hm. Hm. Es klingt falsch, wenn Frauen sagen, sie haben einen schönen schwarzen Bart. Hm. Da staune ich übrigens, dass es bei WOW noch keine DLCs mit Bärten gibt oder so. Hm. Das wäre ja auch noch was. Komm mal zu mich. Ich bin der, der springt. Hier. Und hier kannst du, hier kannst du rein und dann hier. Hier die Tante hier vorne. Die Kanzlei da ist reparieren. Bei beiden. Hm. 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 Wie geht es jetzt? Ja. Ja. Schöner Mitternachtssnack. Kennst du? Na oder Lyona ist das einfach. Ja, das ist so eine, das ist so eine, das ist halt eine Wurst. Wie so eine, weißt du, kennst du Lyona den Begriff, Rio? Okay, das ist halt so eine große Wurst aus so einem, wie eine Wiener sieht die aus, nur größer. Also von, wenn du sie anschneidest. Ja. Nur schmeckt, schmeckt ganz anders als eine Wiener. Ja, es ist, Fleischwurst ist genauso blöd, wie, wenn man sagen würde, Jeanshose. Es ist eigentlich genauso bekloppt. Oder, weiß nicht. Nasses Wasser ist genauso bekloppt. Naja. Ja. Ja, mach, meld uns nochmal an. Tun's mal anmelden, tun. So, mal gucken. Gucken, was da jetzt noch kommt. Hm. 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 Hallo, mein inneres Feuer habe ich gerade gebufft. Du, Lappen. Ach so. Das ist Liebe, genau. So. Same shit, different day. Oh, cool. Mit Unwetter hier drin. Gewitterer. Oh, wir haben einen Lederer. Ist die Kante zu hoch für ins Berg? Warum gehen wir nicht hier gleich hier? Ach so. Egal, du machst das. Irgendwie bin ich zur Zeit noch arbeitslos. Guck mal, unsere Ledererinnen hier, die freut sich hier in Wolf. Sag mal, fressen eigentlich Dudus in Eulengestalt Jod mit, nee, Trill mit Jod S11? Für den Singvogel von heute? Kennst du nicht mehr Trill mit Jod S11 Körnern? Diese bekloppte Werbung von früher? Dass du deinen Kanarienvogel besser zum Singen kriegen kannst? Ja, du kannst doch über die Feder laufen. Meine Güte, ey. Nein, dich du doch nicht. Hast du mal so wie? Was? Tu dir nicht wieder weh, Röjo. Haben wir denn eigentlich jetzt noch einen Zuschauer? Nee, ne? Schade. Hossa, was ist denn jetzt los? Naja, du hältst es schon. Du schaffst es schon. Ja, klar. Aua. Kommt zu uns auf die dunkle Seite der Macht. Wir haben Kekse. Oh, oh, ich bin gefiert, ich bin gefiert, ich bin gefiert. Du musst dich mal selber heilen, wenn du kannst. Du musst dich mal selber heilen, wenn du kannst. Oh, fuck. Ich bin gefiert, ich bin gefiert, ich bin gefiert, ich bin gefiert. Alter, nehmt mir doch mal die Agro ab, ihr kleinen Pissnelken. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich auch noch verzaubert. Ich bin gefiert, ich bin gefiert, ich bin gefiert. Meine Güte, ey. Aber jetzt bin ich schon wieder verzaubert. Hast du dann nicht irgendeine Antwort bekommen, warum du hier jeden, warum die jeden gepullt haben? Ne, ne? Ne, wir sind gerade noch im Kampf, sorry. Gleich. Ne, warte, ich kann dich gleich wiederbeleben. So, jetzt ist der, ja, wir haben es geschafft. So, warte, wo bist du denn? Oh, na, die nehmen wir doch mal. Tja. Was machst du vom Beruf, Halt, bin ich ein Professioneller Pimmelschwenker? Lass es sterben, bring dich in Sicherheit. Wenn, wenn ich mal auf dem Heiler warten kann, tut mir leid. Ja, ich bin auf dem Weg. Meine Güte, ey. Mach doch mal eine Ansage. Zieh doch dran. So ein Gewitter sieht schon cool aus, wenn er das hier so mitten im Raum castet. Robbel die Katz. Irgendwie sind wir immer sehr schweigsam, wenn wir hier in der Indie sind, ne? Ja, es ist so, dieses Buttonsmashing ist immer doch relativ so blöd, wie es eigentlich ist, mit Konzentration verbunden. Was willst du denn von mir? Geh doch mal weg hier, du Lederfetzen. Danke. Oh mein Gott. Wer ist denn Volo-Wiesel? Okay. Kleine Sekunde, Ryo. Ja, nur noch eine halbe Stunde oder so. Nein, natürlich nicht. Du siehst es ja hoffentlich noch, oder? Wir haben jetzt den letzten von diesen hässlichen Drachen hier. Die, die aber auch schon dem Untergang geweiht sind. So, tot. Was ist das? Stangenwaffe. Der Zweihänder. Genau. Genau. Schon wieder Dungeon abgeschlossen? Haben wir doch gerade eben schon. So, dann gehen wir mal raus. Jo. Was ist das denn? Geil. Dieses Vieh hier, was der hat. Hast du schon gesehen? Koloss der Korkon. Der sieht ja mal geil aus. Alter, wo gibt es denn sowas? Nice. Das ist ja mal ein irres Vieh. Nun gut. Ich gehe wieder hier ins Gasthaus und hocke mich hier hin mit meiner Ziege. Oh, du hast ja eine schicke neue, warte mal, du hast ja eine schicke neue Frise. Zeig mal, dreh dich mal deinen Kopf ein bisschen so. Du Kacke. Er sieht ein bisschen aus wie Miley Cyrus. Ja. Wrecking Ball, sage ich nur. Dein Profil hat was. Ja? Also, Hammer. Dich könnte man so nehmen und mit dir die Ackerscholle bearbeiten. Also, das ist, du hast quasi ein Profil mit sehr viel Charakter. Sagen wir es mal so. Das schlägt 13, das schlägt klar 13, echt. Sehr geil. Die Frise ist der Kracher, auf jeden Fall. Du kommst in jede Ecke mit rein mit dem Dings da, mit dem Flusensieb. Praktisch. Und da Zwerge ja auch so bekannt sind für die Haushaltspflege, ist das schon sehr... Oder es ist so ein Archäologie-Pinsel. Ja, ist auch praktisch. Spätestens wenn wir 90 sind, können wir dann hier schön die Archäfakte freischippen damit. Aber bis dahin dauert es ja noch ein bisschen. Wir sind auf dem besten Wege, genau. Was? Ja, du schon wieder, weil du wieder irgendwo eine Blume gefunden hast. Oh. Das ist traurig. Oh, Katze. Ich brauche noch 20 Prozent, dann bin ich 20 Prozent. 21. Ja, ja, dann bin ich 56 und dann... Ja. Läuft. Bis zum nächsten Stream. Lieber Rio, schön, dass du wieder mit dabei warst. Vielen Dank. Ja, wir waren heute sehr schweigsam, ich weiß. Tut mir leid. Hast du dich vernachlässigt gefühlt? Du weinst später. Okay, gut. Weinst dich jetzt in deinen Schlaf. Gut. Das... Müssen wir verbessern, Billy, beim nächsten Mal. Gut, dann, äh, liebe aktuell auf Twitch nicht vorhandenen Zuschauer, äh, bis zum nächsten Stream. Macht's gut. Schönen Abend noch. Tschüss. 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 Tschüss.